So, hier sind wir wieder, mein Essensquiet ist wieder dem Absturz, aber ich weiß nicht viel ob wir haben. Also, mir fehlen einfach die Worte. Ich fehle einfach die Worte. Ja, nee. So. Okay, hier komm ich rüber, aber ich nehm nicht die Lombie. Ich höre. 82 Meter. Ich hab's auch geschafft. Alter, nicht da rein. Wohin muss ich denn? Ist ich da jetzt ganz hoch? Ich geh einfach mal. Nein. Und hoch. Und hopp. Und hopp. Komm ich da. Nee, komm ich nicht hoch. Hier hoch. Hier hoch. Dann muss ich. Ich sag mal die Kiste zum Ausrauben. Und jetzt kommt die Kiste zum Ausrauben. Okay, ich hab's da. 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 Und ich hab's da. 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 Und da hängen wir. Alter, da sind sie aber mal richtig runtergefallen Oh Stütze hier alles ein Das ist nicht ich muss ah ich bin schnitt komm jetzt halte ich fest jetzt wird das hier nix und ab geht die Post was gibt es denn hier ich glaube da muss ich schon so dann hier ok 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 Not hier at all. On top. Alley up. So. So. Und durch den Wasserfall. Oh. Da geht's aber tief runter. Hier hin? Das stürzt gleich ein. Oh. Not good. Oh. Boah. Hattest du immer mal Glück? Okay. Du musst aufpassen, dass du nicht alles einschalzt. Was? Was ist ich da jetzt runter? Ich spiel einfach mal. Ah. Ups. So. Oh. Hier die kaputte Brücke, die kracht mir schon auch gleich ein. Noch doch nicht. Nein. Ich wusste doch. dass ich daneben springen werde. Das wusste ich doch. Naja, wir sind wieder hier. Naja, wir sind wieder hier. Das muss ich ja auch passen. Ich hasse diese ständigen Kamera wechseln. So. So. Wo sind jetzt? Hier nach links. Checkpoint. Nein. Nein. Ach, komm. Warum hab ich... Warum hab ich umschaltgedrückt? Warum? Manche können wir spielen. Manche können wir nicht spielen. Und runter. Und runter. Oh. 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 So. Ich hab's hier na. Oh. 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 Ah, hier. Jetzt gibt's die ja noch so... ...die ist hier lokalisiert. Da haben wir ja den zweiten Masiabschlüssel. Alles klar. 2 von 5 Masiabschlüssel. Das in weniger als 6 Minuten. Wenn, dann haben wir hier 100% Senkualität. Friediger. Any charge? Ja. Ja. Schönen Dank. Und ich hoffe, dass das alles so schnell vorbei geht.